Herzlich Willkommen zum Aktionstag Lust auf Fit in Schifferstadt. Schön, dass du dabei bist. Viel Spaß, hab einen tollen Tag und lass dich überraschen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo, ich bin die Ursula Fernandes und war heute Referentin beim Aktionstag Lust auf Fit. Es war ein wunderschöner Tag. Ich hab's sehr genossen. Lust auf Fit ist toll. Danke an euch allen. Bis zum nächsten Jahr. Das war's. Das war unser 17. Aktionstag Lust auf Fit in Schifferstadt. Schön, dass du dabei warst. Nächstes Jahr gibt es einen neuen und ich hoffe, dass du dann wieder dabei bist. Und ein bisschen besser. Ich weiß nicht. Das war's.